Darf ich mal kurz mit dem Fuß da drin? Ja, ja. Mit Anlauf, ja. Ja, 20. März 2010. Ja, 2003, genau. Ja, los komm jetzt hier und nicht rumfaxen. Ey, Alter, wirst du kalt sein? Ja und, wenn du drinnen bist, hast du es hinter dir. Jawohl, erstmal den Unkörper zu gehen. Präsentier uns mal den Unkörper. Geh weg. Ich renne da jetzt drin, ja? Ja, du rennst da jetzt drin. Das wird so geil. Ich geh lang. Ja, du gehst lang, ja. Zack, Loch weg. Ja, ist gut. Jetzt wird der Sack ein bisschen... Und erfrischend, ne? Warte, ich steh nochmal. Ja, du gehst nochmal. Wie klein? Ganz klein. Das ist wirklich warm hier draußen. Ja, sag ich doch. Ja. Komm, Sprungas. Jawohl. Ja. Wenn jetzt spochen handing es kein Problem. Nein, das dauert. Das ist roh. Gut. Statement? Arschkalt!